Hallig sind Paul und ich komme aus Finkhaus Hallig. Ich mache super gern Sport und dieses Fußballfeld liegt ein bisschen außerhalb von Finkhaus Hallig und darum zeige ich euch jetzt den Ort. Finkhaus Hallig war früher eine Hallig und dann wurde der Deich gebaut und dann kamen immer mehr Häuser dazu. Das ist mein Lieblingsort auf dieser Bank und hier sitze ich dann manchmal und beobachte so den Hafen. Heute ist es total windig hier und manchmal gehe ich auch auf dem Deich mit meinen Brüdern spazieren. Also Finkhaus Hallig ist so klein, dass es nicht mal einen Laden gibt, was sehr schade ist, weil wir dann immer ganz nach Rusum fahren müssen. Es ist auch gut, dass man in Finkhaus Hallig alles erreichen kann mit dem Fahrrad. Zum Beispiel kann man am Deich langfahren, das auch sehr viel Spaß macht, oder zum Fußballplatz, das geht auch sehr schnell. Mit dem Fahrrad kann ich leider nicht zum Handballtraining fahren, weil es zu weit ist. Ich hoffe euch hat diese kleine Reise durch Finkhaus Hallig gefallen und tschüss, ich muss jetzt zum Training. Schöner, ich muss jetzt zum Training. Schöner, ich muss jetzt zum Training. Schöner, ich muss jetzt zum Training. Untertitelung des ZDF, 2020